action hey liebe youtube ist willkommen zu einem neuen paar let's play together minecraft mit needle ap 95 hi ich glaube ich habe jetzt das action mit reingehauen egal der macht nichts bei mir aber wir haben kleines problem und zwar gefriert unser pool zu eis und die dort aber trotzdem das müssen wir noch warten bis da ach so wollen wir ach so ja gut okay ich weiß nicht was wir können aber ich weiß dass ich was kann hast du noch ich habe nur zäune kein zäune oder du kommst so ja ich komm hoch ich wollte eben eine schaufel machen weil mir ist gerade eine idee gekommen das wird zwar später nicht viel relevant sein aber für den anfang ist glaube ich ganz okay und zwar brauchen wir einmal eine eisenschaufel weil eisenschaufeln die braucht man nämlich zu graben ich weiß nicht ob ihr das schon wusstet aber ja das meinte auch effizienz drauf und dann kommt das hier alles weg ja so was was ich hier mache ach so tja was immer zu sagen mein kopf ich habe gerade eine ganz geniale idee ich brauche erde ich brauche erde so ein bisschen erde obwohl denn eigentlich hast recht das haus sieht dann aber erst noch ein block der gefrieren muss hat das denn besser wenn ich irgendwie nähfläche oder so ich weiß es auch nicht ich habe keine ahnung von eis ich weiß nur wie man unendlich schnee genoviert aber von eis glöckern kann ähm so das passen wir erstmal hier dann kommt das doch da hin und dann irgendwas doch wieder größer so zack 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 die Bohne guti guti ist fertig das ja und dann sind wir eigentlich bald äh hier im dings fertig ne mit dem haus jo glaub schon hoff ich oder wie sehe ich das fenster ja auf jeden fall ich weiß ich weiß das hört sich komisch an jetzt aber ich finde das haus selbst wenn es klein und schmal ist finde ich irgendwie besser als das was wir im ersten together gebaut haben auf alle fälle ich hab da probiert noch halbwegs was zu bauen aber irgendwie war es doch scheiße oh man dieser eine block soll gefrieren das gibt es doch nicht ähm mal gucken ob ich das treffe äh ich hatte keinen Hut los schlüpfert oder nicht oder nicht ich hoffe das funktioniert auch hey wie konnte sich das Huhn rausplaggen wie gemein und es ist auch nur so ein freches Huhn was permanent wegläuft was ist denn nein ja weggelaufen wie du schon sagtest dich zum Feld dummes Huhn dummes Huhn und was soll ich machen mit dem Wassereimer ja hier mal über Wasser hin oh ich hab keinen Bock ich hab keinen Bock mich mehr drum zu kümmern Moment da gibts ein Mittelchen nicht schlachten mit Mittelchen gefunden Nilo hat's geschlachtet so wo ist denn die unendliche Wasserquelle weiß ich doch nicht wo hat er warum hatte ich die doch aber auch plötzlich gesehen ach keine Ahnung ich geh da unten vielleicht hast du die zugemacht die ich meine ich hab ich vor ähm Tor gemacht ja kann sein dass die in die Luft gesprengt wurde das kann sein so ein bisschen wieder äh Farbe verteilt so noch ein bisschen mit dem einmal und jetzt ganz schnell weg nein ich kann nicht mehr laufen ich muss kaum besuchen essen und laufen die können eigentlich voll viel viel ja viel Hunger breiten so jetzt haben wir einen Pingweg zum Dings ein Ping? na guck doch ja Pinker Weg zu den Schafen achso ich wusste nie was mir ein Pingwoll machen sollte das ist äh wundervoll dass wir jetzt einen pinken Weg haben ja schwarze pinker Weg ja ist ja stylisch ich weiß gar nicht was du hast ja ne ist äh alles und was wollte ich jetzt nochmal achso stimmt ja Hilfe ich hab Hunger ich hab Hunger ich hab Hunger dann ess was das sagst du so leicht das sagst du so leicht ich hab nix mehr ja dann mach Körbiskuchen äh ich weiß nicht wie das Rezept geht oder es rottet das Fleisch na gut okay rein damit Jamsen Körbiskuchen machst du einfach ähm Eier, Körbis, Zucker einfach irgendwo hinballern ich fühl mich nicht so ganz gut oh man ich bin gleich tot wegen diesem scheiß Skiletto warum musst du noch Mann hab ich's Herz ich werde sterben Diego hilf mir äh okay na warte ich komm schon auf Weg schönen guten Tag da werden leider keine Pfeile mehr du hast auch mir geschossen immer noch zur Info oh Pfeile so Eier ich brauch Eier ich hab Pfeile Eier hab ich nicht grade da ach dummes Huhn ey geh verrecken geh verrecken hab ich gesagt scheiß Ding ey Och nee Jenna nee Och nee das klappt ja alles nicht Warum haben wir da drüben nicht das Problem aber hier obwohl ihr nicht weniger Eis ist als da oh man ey vielleicht irgendwie durch ja wenn du Fackeln wieder so setzt vielleicht ja nur da oben drauf da klappt's ja dann durch die Wärme vielleicht ist ja Minecraft mittlerweile so logisch da ist überhaupt ne A da hoffen wir einfach mal dass es klappt bei unserem Glück wohl kaum ne ne es klappt nicht äh drecks was machen wir denn da probieren wir nochmal fahrten fuck you was hattest du denn vor wenn ich fragen darf das siehst du gleich das klappt doch nicht das klappt doch nicht äh wenn ich sage das klappt dann klappt das auch ok wow passt genau ok falsche falsche Eingang ich würde sagen ich mache Körbisbrühe aber wir haben das keine Eier ich gebe auch nicht hehehehe hast du Eier? nein ja ich töte das Huhn hat's nicht anders verdient ich 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 ups das Schmier-Eis ich brauche eine Anti-Eis-Anlage Alter da ist schon wieder ich guck mal was irgendwo macht ähm wir brauchen Eier 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 so da sitzt ich jetzt auch mal nochmal fucken alter dieser eine scheiß Block gefriert einfach nicht ja was soll man dazu sagen außer Zombie kann ich das irgendwie abhauen ja mit Bebutsamkeit haben wir irgendwas mit Bebutsamkeit ne ich habe nur Zombies ich würde sagen ich schieße aber ich habe keinen Fall ja Chance ist so dass du mich triffst so lass mich in Ruhe mein Gott worüber redest du? mit dem Zombie also ok so weißt du was ich da eingepflanzt hab Jenna? mhm Melonen und Körbisse cool damit wir nicht verhungern verrottetes Fleisch wo ist das verrottete Fleisch? in meine Tasche ich brauche auch was ich habe auch kein Essen mehr äh wir brauchen so viele Hühner die können wir dann gelesen schlachten raus aus dem Betosferkel du ungezungener Junge so danke ähm ja Schafe können also in der neuen Version gibt's ja Hammelfleisch ja aber das können wir ja hier nicht machen ne dafür habe ich noch eis zu wenig müssen wir den Server noch neu und alles alles klar mir ist es aufgefallen, ich hab mal hier mehr raus Autsch! Hilfe! ähm nehm die Jenna! nehm die Jenna! nehm die Jenna! nehm die Jenna! also ich hab da mit dem weggen weil wir letztens ähm haben wir sowieso zufrieden haben hab ich dir ausgelenkt ich mach dir ja nie aus bei mir manchmal funktioniert ja manchmal nicht aber Spieler werden ja eh nicht angezeigt bei mir nur um die Umgebung da ist kein Cheating ähm wie man so ähm da soll ich ein bisschen Zucker übrig lassen für Zucker? ja ja wär ganz gut so äh was wollte ich denn genau Ich werde jetzt einfach mal Müll hier reintun. So. Das haben wir auch. Ich hab hier noch Essen. Wo hast du noch Essen? Ich hab noch sieben gebratene Schweinefleisch. Oh, da muss man ja auch was abgeben. Nee. Ich hab vergessen. Du bist gemein. Ich weiß. Ich wollte sowieso jetzt bei mir hinzugehen. Was sagt die Uhr? Na, wir haben noch Zeit. Machen wir einfach ein bisschen länger. Schau mal, wir werden ein bisschen Bäume abholzen. Jo, ich mach... Brauchst du noch irgendwelche Materialien für deine Heiserweite? Wir sind ja bald mit uns fertig. Ganz ehrlich, das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht Sand oder weiß ich irgendwie sowas. Also soweit hab ich eigentlich noch gar nicht nackt gedacht, wie ich mein Haus mache. Ich passe halt immer der Umgebung an und... So. Mhm. Ich rate mir jetzt mal ein bisschen mit dem Pferd aus. Wieso? Hast du schon mal so einen Plan davon? Ich weiß noch, ich hab schon wieder vergessen, wie die Umgebung da aussieht. Und dann guck ich dir die an. Huah, huah, huah. Ich wollte jetzt mal ein bisschen was gucken gehen, was denn sonst auf der anderen Seite ist von unserem Haus. So. Aber wie gesagt... Dass vielleicht sonst auch irgendeine coole Dinge ist. Kühner? Oh, hi. Scheiß Hexen. Du, du Schuss. Bitch, du. Hör auf mein... Hörst du auf mein Pferd zu schlagen? Hörst du auf mein Pferd zu schlagen? Das... Okay, jetzt hab ich noch sechs Herzen. Dann müssen wir ganz... Jetzt müssen wir dem Pferd Äpfel geben. Dann geht's... Echt, das andere Pferd, ey. Ich hab einen Trank der Heilung, Spinn, Auge und Zucker. Und zwei los. Probier sonst mal, ähm... Oh, stimmt. Probier sonst mal einen Trank der Heilung auf das Pferd zu werfen. Vielleicht bringst du was. Ja, bestimmt. Nee, ist aber nur ein Trank und kein werfbarer. Ach so. Hätt ja sein können. Die kann ich mir eigentlich geben. Wäre eine Idee gewährt gewesen. So. Ja, ich hab zwei Karotten Gewinn gemacht. Ach, das regeneriert sich schon selbst. Gutes Pferd. Mal gucken, vielleicht finden wir hier ja noch eine interessantere Gegend. Ich will auch noch gucken. Später. Oh, das Tür sieht eigentlich auch... Hier kann man eigentlich auch richtig cool bauen. So, in Rheinbahn stehe ich eigentlich total drauf. Ähm, nee, aber hinter uns ist Schneelandschiff. Mhm. Wenn man ja eventuell ankommt. Ähm. So, da... Paar Eisbäume. Drecks. Eis. Eis. So. Ähm... Hm, was wollte ich denn erst machen? Also, Feld ist erst mal im Check. Ich wollte jetzt noch eben schnell die Hühner vermehren. Du wolltest die Hühner vermehren? Ja. Ach so. Aber wir können ja nicht rüber nehmen, deswegen weil ich gedacht hab, wir nehmen Eier, stattdessen mit. Ja, ja... Ja, klar. Wir brauchen sowieso ganz viele Eier, wegen dem Kuchen und so. Mit den Schafen... Ja, da muss man schauen. Ich glaube, vielleicht finden wir noch irgendwo welche, oder... Weil... Sonst... Sonst nehmen wir ein paar... Ja. Mit, aber Hühner. Ist ja jetzt nicht, glaube ich, das Hauptproblem. Nein, überhaupt nicht. Hilfe! Hilfe! Das kommen die ganzen Schafen auf mich zu. So, so. Beschmeiß. Ein bisschen Rot. Rot. Hilfe! Die Schafen, man nimmt die Oberhand. Schafen, man nimmt die Schafen, man nimmt die Schafen. Jetzt komm ich mit der Schere an. So, lass ich sie wie auffrieren in der kleinen Gegend. So. Na gut, okay. Na. Lass mich durch. So. Also, das hier ist alles jetzt schon mal safe, würde ich jetzt mal sagen. Das hab ich jetzt auch. Okay. Du hast also gesagt gehabt, Eier brauche ich für Körbiskuchen. Ja, Eier, Zucker und Körbiskuchen. Alter, dieses Eis, das nervt mich echt so. Ich verstehe, warum es hier ist und beim Feld haben wir keine Probleme damit. Ich will eins machen. Nein! Du dummes Gaul, ey. Du dummes Gaul. Bist du dumm oder so? Weiß nicht, ob es dumm ist. Kann, ich glaube, ich würde mal einfach sagen, ja. Mann, ich würde noch was hier machen. Moment. Was macht es denn mir so Böses? Ah, es wird runter. Dabei will ich sagen, ich bin die Königin der Welt. Heilige Scheiße für die Welt. Ah, du könntest es sogar sehen. Wenn du... im Haus bist, bist du im Haus? Ja, bin ich. Ähm. Ich bin Richtung Körbis-Melonen-Feld. Richtung, äh, Felswander. Wenn du beim Glas stehst und auf die Beine muss, musst du es nicht nehmen. Ich sehe dich. Und von da oben hast du mich auch runtergehauen. Aber bei mir war es dann dieser kleine, doofe Kackstift. Moment, das haben wir gleich. Na, triff die, du. Nein. Du hast das Pferd getroffen. Wenigstens habe ich eh was getroffen. Du hast das Pferd getroffen und es ist doch schon fast tot. Es ist tot. Du hast das Pferd getötet? Du hast das Pferd getötet? Oh. Hättest du nichts gemacht, hättest du es doch ein Herz gehabt. Bist du... Ui, da hier... Ui, da hier... Ui, da... Ui, da... Ui, da... Ui, da... Okay, wahrscheinlich nicht, aber... Ui, da... Ui, da... Ui, da... Ja, es war... Verehrte Freunde, Freunde, wir beenden jetzt einfach mal die Folge, weil ich leider, äh... Gerade... Na ja, wie soll ich das denn erklären? Mir... Oh, ich hab gewonnen, Schweinefleisch. Äh, bei mir, ähm... Ja, ich muss jetzt immer eben kurz auf eine Pause machen, weil Jenna und ich, wir haben nämlich gerade was zu bereden. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und, ähm... Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und wenn ihr mich entschuldigt, ich hab jetzt nämlich hier leider was zu tun und, ähm... Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ne? Ciao! Bis!